Der MP3-Player Ich würde ihn gerne umtauschen und vielleicht haben Sie den auch in einer anderen Farbe? Ich kann mal schauen, in welcher Farbe hätten Sie den dann gerne? Rot wäre schön. Ich schau mal in der Lager nach, okay? Dankeschön. Ich habe noch ein rotes Echsenplan gefunden, hier bitte. Ach, vielen Dank. Dann schönen Tag noch. Gleichfalls. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.